Herzlich Willkommen zu dieser neuen ARK-Feuer auf meinem Kanal, wir zocken heute wieder ARK und ich wollte euch nur einmal kurz ein kleines Infovideo bringen von unserem letzten Stand. Ich kann momentan nicht so gute und qualitativ Videos bringen, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe. Auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal unseren Stand zeigen. Wir sind, wir haben auf jeden Fall die ALUS gezähmt, die ich im Video gezeigt habe, dass ich viel Geld hatte. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Megalosaurus, der absolut selten ist. Der seltenste Dino in diesem Game. Der ist aber nachtaktiv, also der schläft gerade. Tagsüber schläft er. Können wir mal aufwecken. Der 58er Megalosaurus. In der Nacht ist er ziemlich stark, aber wirklich ziemlich stark. Er hat auch so eine Art Pelz auf seinem Rücken. Ich lasse ihn mal wieder schlafen. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig mit dem Beet. Wir haben jetzt die großen Beet hier hingesetzt und werden jetzt bald anfangen, das hier einzupflanzen und das zu bedüngen mit 10.000, so 100.000, 108.000 Dünger. Da sind das, ja. Das kommt ihr jedes Beet. Hier muss noch ein Dünger. Und da produziere ich gerade auch Dünger. Wie weit ist der Dünger? Wir brauchen noch ein bisschen. Ja, da würde ich sagen, wir gehen hier mal ein bisschen in den Wald erkunden noch und schenken die Lage ab. Falls ihr mal 10 Tutorials sehen wollt auf diesem Kanal, in Arc und Fortnite Videos wiedersehen wollt halt, dann schreibt das mal in die Kommentare und like das Video. Also, vergesst nicht, die Glocke zagt, wenn ihr mich da abonniert. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal kurz was überprüfen. Nicht, dass hier was gefährliches in der Nähe ist. Das müssen wir dann umgehend ausschalten. Sonst kommt es auch in unsere Base gelaufen. Das sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas Gefährliches wäre. Ne, hier ist nix. Das ist gut. Noch kurz Ausdauer regenerieren. Bald können wir auch mit den Agentaren losfliegen, weil wir sind jetzt schon Level, ich guck mal nach, kurze Leute. Wir sind jetzt Level 41. 21 Leveln kriegen wir Agentaren Sattel, dann könnten wir ein Agentaren Sattel herstellen und auf dem Agentaren drauf machen. Ja, das wäre jetzt soweit erstmal. Gibt es noch irgendwas, was wir machen können gerade? Nö. Aber wir können noch mal ein bisschen die Gegend erkunden. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Bei irgendwoher man Terrezino, den könnten wir theoretisch töten. Aber auch nicht. Zeigen, dahinten ist auch der gelbe Obelisk. So. Ich verregne André so. Das Ausdauer generieren kurz. Hamburgs ist bereit. Was ganz interessant ist, was ich euch noch zeigen wollte, ist hier unten. Das ist so eine Stelle. Das sind ganz viele Labyrinthen im Wasser. Also so ganz viele Zweiggegnen sind das. Ich soll sie gut mal sagen. Das ist eine Unterwasserhöhle. Das ist ein Saver-Tooth. Dann schwimmen wir mal kurz wieder Land. Das ist ein Dilo. Das braucht anscheinend nix. Ja, das wollte ich euch noch mal zeigen. Das ist eine schöne Gegend. Hier sind gefährliche Tiere. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lass doch mal ein Like. Da abonniere ich vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. 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 Bis dann.